willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke eine neue folge pokémon go eine kleine infofolge normalerweise wäre heute wieder raid am mittwoch dran gewesen die highlights der woche der schocker der woche aber es ist gestern schon wieder so viel news kram und zeug rausgekommen dass ich denke raid am mittwoch wird es die woche wieder am donnerstag geben die neue season wurde angekündigt alles zur gbl wurde angekündigt der juni kalender ist da noch nicht auf deutsch aber wurde angekündigt dem möchte ich mich wahrscheinlich in dem 15 uhr video widmen die zwei c days stehen wohl auch schon fest der c day im juni der normale und der classic da gab es teaser da gab es leaks aber es gibt noch keinen offiziellen blog post dazu deswegen keine news für den sie die von meiner seite aus auch wenn die pokémon schon feststehen aber news für das erste event schlummernder sand es gibt zwar noch ein anderes event auch dann was irgendwie ans go fest gekoppelt ist aber da gibt es auch kein hier auf der seite offiziellen blog post dazu deswegen beziehe ich mich immer nur darauf es ist ja eh schon so verworren und viel genug da durchzublicken also wir kümmern uns jetzt 10 uhr um das event schlummernder sand 15 uhr dann um den juni kalender da sage ich auch noch kurz was zu season verlinkt auch die gbl sachen dazu und kompletten artikel zur season donnerstag dann also raid am mittwoch am donnerstag und wenn bis dahin die blog post für die community days raus sind gibt es halt die donnerstag 10 uhr und raid am mittwoch am donnerstag 15 uhr hä samstag ist dann auch raid boss wechsel das seht ihr aber dann momentan ist eh alles stressig denn wir befinden uns gerade mitten im umzug gestern gab es die wohnungsschlüssel jetzt jeden tag ist ja keiner da ist ja keiner da ramse ist ja alleine sozusagen als das muttertier ist da passt ein bisschen auf jonas auf ich muss irgendwie gucken dass ich das hinkrieg das hinkrieg das auch noch hinkrieg und es ist ein bisschen chaotisch so zeit für etwas entspannung das wäre schön mit dem event schlummernder sand haben wir hier natürlich einen artikel habe ich mir hier drüben drauf gemacht jetzt hängt hängt wunderbar so da sehen wir letter king bummels koalilu da sehen wir schon wieder kostüme wir sehen mützen wir sehen alles aber alle sind hängen da sind gechillt schlummernder sand freitag der 7 juni bis mittwoch der 12 juni pokémon debüt neue kostümierte pokémon bummels mit visor also mit visor 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 nein mit 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 einem käppi mit einem schildkäpp mundtier und letter king natürlich können die auch shiny sein die könnte dann durch entwickeln und so wer das braucht warum nicht es gibt event boni doppelte fange p überraschende begegnungen ein schnappschuss machen dann bekommt ihr auch ein paar begegnungen mit event pokémon was sind denn event pokémon darin wilde pokémon steht hier dabei enton fleckmann traumado volilam bummels mit visor kommandutan sankabu mit etwas glück auch somnia somnia und koalilu koalilu wird hier das erste mal auch in shiny vertreten sein glaube ich ja steht hier oben in dem satz zumindest drin so was ist enton naja fleckmann mega entwicklung traumado gbl volilam mit mega entwicklung bummels neu mit visor und ist eigentlich ein cooles pokémon kommandutan wer noch keinen shiny hat ansonsten macht man damit glaube ich auch nichts sankabu ist doch das sandhäufchen den fand ich cool in den echten spielen da hatte ich den mal reingepackt als leon dai und da wollte ich immer unbedingt 100er haben auf dem main aber ich glaube so richtig nützlich ist der auch nicht somnia nimmst du halt auch einfach mal mit hier kannst du für gbl vielleicht was nutzen koalilu ist koalilu der kann glaube ich nichts aber neu als shiny hat das eigentlich eine bunte mischung mit verschiedenen pokémon wer noch irgendwie shinies braucht wer noch irgendetwas anderes braucht nimmt sich das mit was jetzt wichtig ist zu diesem schläfrigen event gerade wenn es um schläfrige pokémon geht pokémon sleep go plus plus schlaftracking da gibt es ach so das steht erst weiter unten da kommen wir jetzt hin wir lesen es kurz mal vor da gibt es eine befristete forschung wer also ein go plus plus verknüpft kriegt im event eine befristete forschung wenn ihr das koppelt mit dem go plus plus gibt es eine forschung in der ihr auch ein relaxo mit schlafmütze noch mal bekommt auch wenn ihr die normale sleep forschung schon fertig habt gibt es hier in der forschung noch mal relaxo mit schlafmütze bummels mit visa und koalilu das wäre eine forschung die ich natürlich dann wieder versuchen würde zu filmen weil das ja was ist was nicht jeder hat die kriegt ihr hier nur wenn ihr das go plus plus habt nicht jeder hat das go plus plus und deswegen würde ich die für euch dann vielleicht zeigen belohnungen für feldforschung in den feldforschungen gibt es auch enton traumado voltilam bummels kommandutan sangapu koalilu also fast dasselbe was auch wild da ist es gibt wieder ein ticket die letzten events die letzten wochen gerade jetzt momentan ist es ja sehr ruhig erst gab es ein ticket nach dem anderen ein event nach dem anderen die letzten sachen waren ohne ticket deswegen brauchte ich auch weniger machen hatte mal mehr zeit für andere teile jetzt ist hier wieder ein kostenpflichtiges eine kostenpflichtige befristete forschung drin ticket für zwei us dollar kriegst du einen koalilu rucksack für den avatar begegnungen noch mal mit koalilu bummels mit visor sternstaub ep silberne sanana bären und so weiter das ist bestimmt wieder was was man verschenken kann an seine freunde wenn mir einer also diese forschung schenkt dann versuche ich die auch wieder zu machen zusammen eben mit dieser oben mit dieser go plus plus forschung in ein video zu packen weil das ja alles zusammen gehört ansonsten ist nicht nötig ich selber auf dem habanero account gebe kein geld aus kauft da nichts aber wenn die mir gegiftet wird versuche ich die dann auch zu lösen es gibt sammler herausforderungen wieder gibt es dann auch sternstaub ep koalilu am ende nehmen das immer mit auch um eure medaille zu pushen pokestop showcases werden auch wieder enthalten sein wo ich in der season was gelesen habe dass die wohl jetzt glaube ich immer am samstag und sonntag stattfinden also von samstag bis sonntag und mondag bis dienstag dass das irgendwie jetzt feste termine sein sollen so aber da kommen wir woanders noch darauf zu wenn wir noch mal über die season reden pokémon go webstore interessiert mich nicht rede ich nicht drüber wer in den webstore häufig reingeht und guckt nach angeboten der wird sich da auskennen so ich finde es eigentlich ein interessantes event kleines kleines kleine kleine ticket forschung kleine kostenlose forschung hier wenn ihr das go plus plus verknüpft coole pokémon dabei also das macht spaß ich muss gucken es ist stressige zeit momentan hier silvio kommt dann auch wegen küche hin und her thomas will darum kommen wegen tragen wegen machen wegen tun und dann zwischendurch noch gucken irgendwas zu machen ich weiß nicht mal wie man das mit dem raid boss wechsel machen aber irgendwie werden wir es schon hinkriegen so habt ihr bock auf schlummern das sand event vielleicht sind wir bis dahin durch mit dem gröbsten und man kann dann wirklich etwas entspannung wieder rein bringen das war es jetzt von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin peace out for haute euer ramses und ciao